Sind Beagles gute Familienhunde? Was ist gut, was ist schlecht an ihnen? Sie und ihre Familie haben sich endlich dazu entschlossen, sich einen Hund anzuschaffen. Sie haben sich über einige Rassen informiert und vielleicht schon viel über Beagles gehört, und jetzt denken sie darüber nach, sich diese Rasse anzuschaffen. Aber sind Beagles gute Familienhunde? Beagles sind freundlich, verspielt und lieben es, mit Menschen zusammen zu sein, was sie zu hervorragenden Familienhunden macht. Aufgrund ihres anhänglichen und sanften Wesens gelten Beagles als eine der besten Hunderassen für Kinder. Dank ihres gutmütigen Wesens kommen sie mit den meisten Lebensgewohnheiten gut zurecht. Beagles als Familienhunde Ich könnte ihnen eine ganze Liste von Gründen nennen, warum Beagles ausgezeichnete Familienhunde sind. Aber sparen wir uns die Liste für ein anderes Mal und konzentrieren wir uns auf einige wichtige Faktoren, die ein guter Familienhund haben sollte. Die Lebensumstände der Familie Ob sie nun in einem Haus oder in einer Wohnung leben, Beagles passen sich den meisten Lebenssituationen gut an. Die optimale Lebenssituation für einen Beagles wäre ein Haus mit einem eingezäunten Hinterhof. Beagles sind energiegeladene Rassen, die gerne spielen, und ein kleiner Freiraum neben dem Haus macht sie glücklicher. Besuchen Sie unsere Webseite, der Link ist in der Beschreibung.